Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Alle Fans von X-Defiant müssen jetzt sehr, sehr stark sein, okay? Ich persönlich sehe es nicht als COD-Killer, wie es einige nennen, und auch nicht als annähernd so interessant, dass man da jetzt wirklich so richtig brennt drauf warten muss. Aber ich kann durchaus verstehen, warum einige von euch sagen, sie haben Bock darauf. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Mein Job ist es, euch ein bisschen drüber zu informieren. Seid stark, setzt euch hin, atmet tief ein, atmet tief aus, haltet euch am Stuhl fest, bestellt schnell noch ein Hole-Lied, der bringt euch wieder ein bisschen in Fahrt, wenn ihr gleich den Schock verdaut habt. 10% Rabatt, ihr Süßen. X-Defiant wurde verschoben. Ursprünglich sollte am 17.10., also wenn ihr dieses Video seht, in sechs Tagen, der Release von X-Defiant sein, der Full-Release, das Game kostenlos, kommt eben Playstation, Xbox, PC, kommt überall. Das wurde verschoben auf den 28. Oktober. Ist erstmal, ja, gar nicht so schlimm. 28. Oktober, hätte man jetzt halt 11 Tage gewartet, wäre ja auch noch in Ordnung gewesen. Ich meine, ich glaube, jeder von uns ist der Auffassung mittlerweile, lieber wartet man ein, zwei, drei, vier Wochen oder Monate länger und kriegt dafür ein Game-Erlebnis, was gut ist und wo keine riesigen Bugs drin sind und ich weiß nicht was alles. Aus diesem 28. Oktober-Release wird leider nichts. Pixels of Mark, also Mark Rubin, der ehemals bei Infinity Ward gearbeitet hat und jetzt eben Lead-Designer bei Ubisoft ist und für das Game zuständig ist und was man halt loben muss, sehr transparent ist. Also alles, was den Fortschritt dieses Games angeht, die Ideen dahinter, die Mechaniken, die Gameplay-Entscheidungen, das Matchmaking und, und, und. Da ist er sehr, sehr transparent. Etwas, was wir uns von COD-Entwicklern und Publishern schon seit Jahren wünschen, das machen die großartig, das gibt eine 10 von 10. Hat darüber einen Post gemacht und hat offiziell darüber informiert, dass das Game bis auf Weiteres verschoben wird. Bis auf Weiteres bedeutet also nicht 28.10., sondern man weiß nicht wann. Das ist das vierte Mal, dass dieses Game verschoben wird mittlerweile. Und Grund des Ganzen, wir gehen gleich seinen Tweet durch, der ist leider in weiß, weil ich es nicht dunkel kriege. Das heißt, alle, die sonst farbenblind sind, macht euch eine Sonnenbrille auf. Es gibt gleich einen weißen Text, ich habe euch gespoilert. Er erzählt ein bisschen darüber, was das Problem ist und dieses Hauptproblem, was er dort erwähnt, ist etwas, was ich beim ersten Playtest schon erwähnt habe, wo ich hier in den Kommentaren geroasted wurde, dass ich ja keine Ahnung hätte. Liebe Leute, wenn ich 15 Jahre Shooter spiele, merke ich relativ zügig, ob meine Eingaben, die ich dem Spiel gebe, flüssig umgesetzt werden, wie das halt bei COD seit Jahren ist, oder ob das nicht der Fall ist. Und genau das war eins der Hauptprobleme, weshalb nicht mal mehr so sehr Aim assist, der ist relativ schwach, finde ich vollkommen in Ordnung, mich stört das nicht, sondern dieses Movement, das Slyen, das Rutschen, danach Schießen, Bewegen, das fühlte sich so an, als wenn man irgendwie so einen Input-Delay hätte, als wenn es immer lang gedauert hätte, bis der Charakter übernommen hat, was ich von ihm will. Und da haben mir ein paar Hans-Herbert-Schulz gesagt, ah, ist alles Schwachsinn. Mark Rubin hat dieses Problem auch festgestellt. Das Problem ist, die kennen dieses Problem seit mehreren Monaten. Das, was ich gemeldet habe, haben ja viele von euch genauso empfunden. Und gehen wir mal durch, was er dazu sagt. Wenn ihr irgendwie auf dem Laufenden bleiben wollt, dicke Empfehlung von mir. Mark Rubin, Pixels of Mark, kann ich euch nur empfehlen. Hier ist er, das ist sein Konto. Sehr, sehr cooler Dude, ich mag den sehr, sehr gerne. Er ist ausführender Producer bei Ubisoft in San Francisco und ist eben jetzt verantwortlich für das hier. So, und er sagt, ich übersetze es für euch, Leute. Hi, grüßt euch, vielen Dank für euren und schnellen Test. Also wir hatten vor einer Woche eine Test-Session, die konnte man nachts so sechs Stunden spielen. Ich habe da eine Stunde gespielt, es fühlte sich genauso schlecht an wie vorher. Hab das gemeldet, genauso wie tausende andere. Und er sagt, vielen, vielen Dank, dass ihr uns dabei unterstützt. Wir wollen euch so viele neue Factions, Waffen, Modi, alles geben, was ihr irgendwie euch vorstellt. Und wir wollen natürlich eure Erwartungen erfüllen. Er sagt, vielen, vielen Dank für die Unterzeichnung von diesem Survey. Das ist im Prinzip so eine Art Feedbackblatt, was man unterschreibt, wo man schreibt, wie war meine Gameplay-Erfahrung, wie fühlt sich das Game an, was wünsche ich mir, was war gut, was war schlecht, kennt ihr alles sowas. Er sagt, wir haben die gesamte letzte Woche damit verbracht, durch all diese Daten zu gehen. Etwas, was ja Call of Duty seit Jahren macht. Sie fragen nach unserem Feedback und scheißen dann auf das Feedback. Und er sagt, wir sind das alles durchgegangen und haben basierend auf dem, was euch oder was ihr uns erzählt habt, die Entscheidung getroffen, dass wir extra Zeit brauchen, um die Erfahrung und die Probleme zu fixen, zu verbessern und für jeden ein besseres Spielerlebnis zu haben. Er sagt, es ist nicht nur wichtig, euer Feedback zu haben, damit wir unser Ziel erreichen, ein großartiges Spiel zu haben, sondern wir wollen auch wirklich auf jeden hören. Egal, ob ihr Content-Creator mit einer Milliarde Zuschauer seid oder ein 30 Jahre alter Typ, der einfach nur ein cooles Game zocken möchte. Er sagt, für uns ist es egal, von wem es kommt, für uns ist nur wichtig, was im Feedback steht. Er sagt, es tut mir leid, aber wir und unser Team, wir können halt nicht auf jedes Feedback sofort antworten, aber ich finde, er macht es trotzdem sehr gut. Er sagt, ein großes Beispiel oder eins der größten Beispiele von dem Feedback, von dieser letzten Playstation vor zwei Wochen ist, dass irgendwas um Movement herum off sich anfühlt. Off im Prinzip von fühlt sich falsch an. Und das ist das, was ich schon beim ersten Playtest damals gesagt habe, was mir manche nicht glauben wollten, warum auch immer. So, auf jeden Fall, er sagt, nichts hat sich in diesem Teil des Games geändert seit Monaten und deswegen wundert uns das, dass ihr diese Meldung an uns weitergebt. Wobei ich sagen muss, wenn er sagt, an Movement hat sich nichts geändert, das Movement-Problem war ja schon von Anfang an. Es haben halt nur nicht alle gemerkt. Das Problem ist, jemand, der nicht so erfahren in Shooter-Games ist, merkt diese Unterschiede nicht, wenn ein Controller oder Maus und Tastatur einen Input-Delay hat, aber jemand, der erfahren ist, merkt es halt einfach sofort. Er sagt, eigentlich hat sich da, wie gesagt, nichts, viel dran geändert. Dann sind wir noch ein bisschen tiefer eingestiegen. Das ist dann Quellcode auslesen und FPS anschauen und, 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 und. Hunderttausend Sachen. Und er sagt, wir haben dabei tatsächlich festgestellt, dass der Slide, der sich so off angefühlt hat mit all den Sachen, unterbrochen wurde durch Frame-Spikes. Frame-Spikes ist im Prinzip bei einem Game nichts anderes als ein ganz, ganz ungewöhnlicher Spike nach oben oder auch nach unten von FPS. Das heißt, ihr spielt durchgängig mit 80 FPS, es fühlt sich smooth an und plötzlich droppen die auf 20 bei einer Aktion oder auf 180. Es fühlt sich ganz anders an. Er sagt, das wird wohl etwas sein, was wir durch unser normales Playtesting eben mit 10, 20, 30 Spielern, was die da im Team vielleicht haben, gar nicht festgestellt hätten, aber durch euch, weil eben statt 10, 20, 30 Spieler 70, 100, 500.000 Spieler gespielt haben. Ich weiß nicht, wie viel es war. Er sagt, ich weiß, es ist niederschmetternd, dass wir das Datum schon wieder verschieben müssen, gerade weil wir eben so knapp dran sind, das Game jetzt tatsächlich zu releasen. Aber unser Ziel ist es immer noch, ein Game zu releasen mit einem Zeitpunkt, wo es bestmöglich funktioniert und wo ihr euch nicht über Bugs, Probleme und sonst was beschweren müsst. Er sagt, haltet ein Auge offen für die zukünftigen Updates und Infos zu dem Game und zum Release. Danke an euch alle. Soweit, so gut. Sehr, sehr positiv das Ganze. Auch sehr, sehr positiv, wie er auf die Meinungen Einzelner eingeht. Er sagt, Marksman, einer der größten Suchen- und Zerstören-Spieler in COD, meiner Meinung nach ein großartiger Content-Creator, ist aus den USA. Er sagt, ihr habt gar keine Ahnung, wie wichtig es ist, wie ein Game released wird. Nicht das Datum vom Game, sondern in welchem Zustand es released wird. Weil, wenn es von Anfang an gut ist, bleiben viele Leute da. Wenn es am Anfang schlecht ist, gehen viele Leute sehr, sehr schnell wieder weg. Jetzt aber ein Problem bei dem Ganzen. Die letzten 6-7 Wochen hatte X-Defiant eine großartige Option und ein gutes Zeitfenster, dieses Game zu releasen, ohne in direkte Konkurrenz mit COD zu gehen. Und so sehr manche von euch sich das wünschen, X-Defiant ist ein kostenloses Free-to-Play-Game, was weder an Spielern, noch an Zuschauern, noch an Support, noch an Geld an Call of Duty ranreicht. Es ist einfach, Call of Duty ist der Marktführer, egal, wie gut oder schlecht das Game auch sein mag. Jetzt haben sie dieses Zeitfenster nicht hingekriegt. Was jetzt kommt, ist Full Release Modern Warfare 3. Du willst nicht im November deinen FPS-Shooter rausbringen, wenn Call of Duty dasselbe im November tut. Dezember willst du es nicht mehr tun, weil Warzone Season 1 kommt. Das heißt, Warzone hat mittlerweile mehr Spiele als der Multiplayer, ist Free-to-Play, noch mehr Free-to-Play, als es irgendwas sein kann. Millionen Leute spielen Warzone. Da wollen sie auch nicht releasen. Januar und Februar werden die ersten CDL-Turniere sein. Große Aufmerksamkeit, Activision zahlt viel Geld, dass das überall bekannt wird. Das heißt, ich weiß nicht, wie genau sie das planen, aber sie wollen definitiv nicht im November, Dezember, Januar oder Februar das Game releasen, was für mich bedeutet, wir sind jetzt im Oktober. Aber mindestens, schätze ich, noch vier oder fünf Monate warten für euch, die Bock darauf haben. Stark bleiben, Leute. Aber für alle von euch, die es mit X-Define halten, glaubt mir, ich habe wirklich das Gefühl, dass diese Entwickler versuchen, das bestmögliche Ergebnis rauszubringen und dafür Props von mir. Ich glaube trotzdem nicht, dass es A ein COD-Killer wird. Dieser Begriff ist inflationär scheiße. Und ich glaube auch nicht, dass es so erfolgreich wird, wie einige von euch hoffen. Ich würde es natürlich trotzdem jedem wünschen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zur Beta-Morgen.